Die Interleving Garderobenserie 6005 lädt zum Kombinieren ein. Die Frontfarbe Lacklichtgrau, der Korpus in Eiche Bianco Teilmassiv und die Absetzungen in Balkeneiche Furnier prägen die edle Optik. Für individuelle Kombinationen steht ein umfassendes Typenprogramm zur Wahl. Kommoden, Schuhkommoden, Hängeschuhschränke, Dielenschränke, Paneele, Spiegel und Garderobenbänke. Passend zur Garderobenbank erhalten Sie optional ein bequemes Sitzkissen mit pflegeleichtem Bezug. Durch das natürliche Balkeneiche Furnier sind alle Möbel echte Unikate. Einen optischen Designakzent setzen die aufgesetzten Griffleisten mit Harpunensteg in Anthrazit. Ein flexibles Ablagebord für Spiegel steht optional gegen mehr Preis zur Wahl. Die praktische Garderobenstange und Haken in Anthrazit machen das Ordnungshalten leicht. Geräumige Schuhschränke mit verstellbaren Einlegeböden bieten Raum für viele Paar Schuhe und mehr. Die Interliving Garderobenserie 6005 ist made in Germany, trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht.